Ich bin ganz herzlich bedankt, ich war eben in der Einsatzzentrale, ich habe hinbekommen, dass ich glaube fast alle Ehrenamt, die das machen. Ich wollte einfach sagen, dass ich das wirklich großartig finde, dass alles in der Einsatzzentrale ist und deswegen einfach nur ein, zwei, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön, passen Sie auf Sie auf und bleiben Sie bitte auch alle gesund.